Guten Tag, herzlich willkommen zu dieser neuen Videoreihe, die wir heute beginnen mit dem Teil 1 Basen. Wir werden uns heute befassen mit den wichtigsten Basen. Es sei gesagt, dass Basen genauso eine wichtige Rolle in der Chemie spielen wie Säuren und wir dazu einige Videos drehen werden. Ich beginne mit einer ganz wichtigen Base, die in der Industrie sehr große Verwendung gefunden hat. Es handelt sich dabei um das Natriumhydroxid, das in fester Form vorkommt und hier sehr schön konfektioniert in kleinen Perlen vorliegt. Natriumhydroxid hat die chemische Formel NaOH. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. www.sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.